Live-Events, denn wir haben ein Schedule bekommen für 2024, was Magic-Cons angibt, was großartig ist, denn dieses Jahr hat es mit den Magic-Cons immer so ein bisschen überraschend um die Ecke kommend was bekommen. Wann sind denn die Termine und wo finden die denn statt? Wir haben den 23. bis 25. Februar 2024, das ist Magic-Con Chicago, zur Pro-Tour Murders of Carlos Manners. Dann haben wir, schau mal, du kannst es aus dem Sack lassen, 28. bis 30. Juni 2024, Magic-Con Amsterdam, und zwar zur Pro-Tour Modern Horizon 3. Yes, nice. Dann haben wir noch Oktober 25. bis 27. 2024, Magic-Con Las Vegas, und da ist die World Championship zum 30. Geburtstag an. Sie starten praktisch da, wo sie auch geendet sind. Finde ich ganz krass. Aber Amsterdam, wieder Europa, wir haben wieder eins bekommen. Das ist großartig. Vor allem diesmal ist es nicht im, es ist wieder im Hochsommer, aber diesmal ist es nicht in Spanien und man schwitzt sich nicht den Ast ab. Es ist früh genug angekündigt. Also wenn ihr wirklich mal euch überlegt, zur Magic-Con zu gehen, könnt ihr jetzt schon mal Urlaub einreichen, könnt ihr jetzt schon mal Hotels und Unterkünfte suchen für Amsterdam, für diesen Zeitraum. 28. bis 30. Juni. Und ja, ich kann halt nur sagen, wir waren ja auch in Barcelona. Das war ja eine richtig geile Sause. Wie gesagt, es war sehr warm, das muss man fairerweise sagen. Aber ja, es ist doch eine schöne Sache. Wir haben wieder, wir haben erstmal nur drei Ankündigungen, drei Magic-Fests oder Magic-Cons angekündigt bekommen. Aber ja, Amsterdam macht auf jeden Fall gut Laune. Ist gar nicht so weit weg von hier, oder? Nö, 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 nö. Ist ziemlich um die Ecke. Ich habe richtig Bock und ich werde wahrscheinlich auch da sein. Also mit sehr wahrscheinlich meine ich, ich werde da sein. Ja, same. Das wird einfach cool und ich bin da sehr gespannt. Vor allem zu Modern Horizon 3. Wir haben halt wieder meiner Meinung nach das Premium Magic-Con bekommen. Muss man einfach sagen. Das ist genau wie wir auch das Herr der Ringe ja bekommen hatten. Ja. Dementsprechend schon so ein bisschen die Premium-Sachen in Europa. Ist auch mal schön zu sehen. Das sagen wir selten. Ja. Dementsprechend vielen Dank dafür, Bozzi. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass es, ich glaube tatsächlich auch Europa ist sehr eine modern Hochburg einfach. Also ich glaube, in keiner anderen Region wird so viel Eternal oder Non-Rotating-Formate über Standard und andere Dinge gespielt. Und deswegen macht es ja auch vollkommen Sinn. Genauso wie es sinnvoll war, das Eternal Weekend auch in Europa zu machen. Ja, das gibt es ja in Europa, das gibt es in Amerika und in Japan. In Amerika lustigerweise auch mit ganz vielen Hosts aus Europa, was ich ganz witzig finde. Ja. Dementsprechend, das ist schon ganz cool. Aber wir haben ja auch noch das beibekommen, auf diesen Magic-Cons gab es ja immer die Secret-Layer-Showdowns. Yes. Und die waren ganz cool. Das letzte Mal gab es, glaube ich, auf dem ersten Platz einen Raghavan oder einen Jace. Ich glaube auch, ja. Es war auf jeden Fall irgendwie Jace, Raghavan und noch irgendwas. Es war eine ganz coole Sause. Und hier ist es so, dieses Mal ist es so, dass wir Spell-Pierce, Merc-Tide-Regent und Dark-Rid haben. Ja, Dark-Ridual. Ja, Merc-Tide-Regent ist tatsächlich, ich finde das Artwork ist sehr, sehr hübsch. Also generell die Artworks sind wieder sehr stilisiert. Es ist wieder sehr Secret-Layer-y, wenn man das so haben möchte. Aber es ist halt clean. Anders wie die anderen Secret-Layer-Jobs sieht man die Karten, man weiß, was es darstellen sollen. Es ist einfach nur ziemlich cooles Artwork. Wir haben wieder Wizards of the Batch dabei, der auch in Barcelona war und einfach ein Hammer-Artwork abgeliefert hat für Dark-Ridual. Und ja, also ich bin mega hyped. Also ich freue mich schon wirklich sehr, dadurch, dass es in Amsterdam ist. Ich habe große Hoffnung, dass sehr viele unserer Content-Creator-Kollegen dann auch wieder dabei sein wird. Dass es wieder so ein kleines Happening wird, wie das letzte Mal, wo man immer essen geht zusammen und irgendwie gemeinsam abhängt. und ja, sich die Events da anguckt. Worauf freust du dich denn am meisten? Ist es einfach nur dieses Feeling von MagicCon wieder? Oder hast du irgendwas, wo du sagst, irgendwie nochmal eine Pro-Tour auf der Bühne zu gucken oder all diese Geschichten? Alles zusammen. Ich muss sagen, ich finde es wirklich großartig, was sie damit machen. Es macht mega Spaß, dabei zuzugucken. Die Pro-Tour war cool. Wir haben ja auch davon berichtet. Es ist wirklich, das ist einfach ein Happening. Und diese Happenings sind halt Sachen, wir haben halt nicht mehr diese Grand Prixs wie damals. Wir haben irgendwelchen Legacy-Müll. Also nicht das Format, das Format ist großartig. Den Betreiber-Legacy. Irgend so ein Müll davon, was keinen interessiert. Aber diese MagicCons, auch die in Vegas und so weiter, alles, was man so gesehen hat, die sind halt krass geil. Ja. Und das ist halt was, wo ich sage, dann habe ich Bock auf sowas. Dann habe ich wirklich Bock drauf. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich freue mich einfach, wieder dieses Feeling einzufahren. Ich habe tatsächlich ein bisschen mehr Bock zu zocken. Beim letzten Mal bin ich ein bisschen nicht so viel zu zocken gekommen. Aber ich glaube, allein sich mal einen Tag zu nehmen, nur Commander zu zocken, dann vielleicht einen anderen Tag halt wirklich Pro-Tour zu gucken oder die ganzen Bühnenshows zu schauen. Vielleicht ein paar von euch zu treffen. Radio Raffnika vor Ort wird auf jeden Fall wieder passieren. Wir werden uns wieder irgendeine Ecke vor der Toilette finden. Oh ja, das war so geil. Und dann kommt wieder Brian Kibler hinten rein und winkt in die Kamera und niemand merkt es. All diese lustigen Geschichten. Ich habe mega Bock. Und wie gesagt, wenn ihr auch Bock habt, da vorbeizuschauen, dann bucht euch doch schon mal ein Ticket nach Amsterdam für den 28. bis 30. Juni. Oder wenn ihr auch fancy seid, ihr könnt auch nach Las Vegas gehen im Oktober oder im Februar nach Chicago. Es ist immer so ein bisschen schade, wie Amerikalastik Magic halt einfach ist mit den Placements. Also wir haben, wir können schon froh sein, dass wir halt Amsterdam so nahe was haben. Aber ich habe auch sehr viele Kommentare gehört von wegen, oh ja, was ist denn hier mit Südamerika? Was ist denn mit den asiatischen Ländern? Asiatischen Ländern, ja. Australien war jetzt auch hier gar nicht dabei. Und ich kann das nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es halt einfach so, dass, glaube ich, Magic the Gathering sehr amerikazentrisch einfach ist. Es ist halt eine amerikanische Firma, die amerikanisch Dinge tut. Ich möchte jeden Wizards Mitarbeiter dazu aufrufen, das nächste Mal nicht Amsterdam zu nehmen. Was dem Beantrag ist, dass ich jedes Mal ein Ohrwurm davon bekomme, wenn ich über die Stadt nachdenke. Aber ansonsten ist es halt so, dass ganz im Ernst, wir können einfach froh sein, dass wir überhaupt was in Europa bekommen. Ja, voll. Und natürlich ist es unfair anderen Ländern gegenüber. Aber ansonsten wäre es auch nur Amerika. Ja, eben. Und das ist halt eben das Ding. Und ja, dementsprechend, ich frage an euch, können wir denn euch in Amsterdam denn antreffen? Habt ihr Bock auf so ein Live-Event im Sommer nächsten Jahres? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Bis zum nächsten Mal.